Hallo Cars-Fans und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video von mir zum Thema Cars. Heute habe ich euch mal den Jonathan Frenchworth mitgebracht. Der Jonathan Frenchworth ist die Nummer 4 von 8 aus der Rustice Racing Serie und wird in Deutschland für 7,99 Euro verkauft. Und hier wie immer nochmal der kurze Blick auf die Rückseite der Verpackung. Im Anschluss jetzt möchte ich das Modell gerne mal auspacken und dann schauen wir uns das Ganze mal näher an. Hier habe ich den Jonathan jetzt mal ausgepackt. Das Modell besteht aus Metall und Kunststoff, ist im Maßstab 1 zu 55 und der Hersteller ist Mattel. Zur Verarbeitung, die komplette Karosse besteht aus Zinktokus inklusive der Front. Die Frontscheibe allerdings ist ein Plastikeinsatz. Bei diesem Modell bestehen die Rückspiegel aus Metall und sind fest mit der Karosse verbunden. Die Räder bestehen aus Kunststoff und sind frei beweglich. Der Unterboden besteht ebenfalls aus Kunststoff und ist vorn und hinten an die Karosse genietet. Das Dekor ist bei diesem Modell sehr gut gelungen. Der ganze Rost und die Farbe, das sieht wirklich aus, als wäre alles verwittert. Selbst wenn man es anfasst, es fühlt sich sehr alt an. Man hat wirklich das Gefühl, dass das Auto schon seit Jahren irgendwo im Freien stand und vor sich hin gerostet ist. Das soll es wieder von mir gewesen sein. Im Anschluss jetzt könnt ihr euch das Modell natürlich wieder von allen Seiten anschauen. Ich möchte mich schon mal verabschieden. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und vergesst bitte das Abonnieren nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.